Kaschmir Spa. Wer hätte gedacht, dass es Wellness auch für Ihre liebsten Kleidungsstücke gibt? Mussten Sie sich schon mal von Ihrem liebsten Kleidungsstück trennen? Da könnte man glatt heulen. Verpacken Sie es kurzerhand und schicken Sie es uns einfach zu. Der geschulte Blick erkennt das Problem sofort. Anschließend wird es ein paar Tage lang dem Permafrost ausgesetzt. So werden alle Mikroben und Bakterien effektiv abgetötet. In aller Frische kommt es anschließend zur Inspektion, wo jedes Makel genau untersucht und die richtige Verjüngungskur ausgewählt wird. Und vom Besitzer träumt es sich am besten bei einem wohltemperierten Bad in der hauseigenen Sauna. Hier wird geschleudert und gedreht, bis die Sorgen verflogen sind. Bekannterweise gibt es vom ganzen Stress Peeling und der eine oder andere Knopf geht hops. Hier wird der Neuertund rasiert, um die Strapazen zu vergessen. Nun verraten langjährige Erfahrung und ein geschultes Auge, ob es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen. Bei Ihnen angekommen, haben Sie Ihr liebstes Stück wieder und das Gefühl, als würden Sie es das erste Mal tragen. Und sollten Sie weitere erholungsbedürftige Kleidungsstücke besitzen, würden wir uns freuen, diese für Sie in unserem Kaschmir-Spa aufzunehmen. Geert-Meier Geert-Meier Geert-Meier